von Let's Play Modern Combat 4 Zero Hour mit dem Meltdown-Update. Und schon geht es weiter. Hier bei Mission 9. Sehr schön. Sehr schön. Da auch nicht. Oder so. Hallo? Oh, lol. Schnell, RPG. Wo ist die? Da. Los. BAM! In your face, Viatsch. Schnell, komm schon. Waffenwechsel. Ich glaube, dafür brauche ich jetzt... Nein, nicht die... Auf jeden Fall hat er jetzt gerade ganz plötzlich beendet. Die Folge werde ich aber leider nicht zusammenschneiden, weil ich gerade sehr viele Folgen brauche. Oder vielleicht doch, keine Ahnung. Werde ich entscheiden, wenn es soweit ist. Das war knapp. Destroy the enemy vehicle! Komm schon! Verwechselt! Das war knapp. Aber keine Zeit zum Nachdenken! Muss kämpfen! Headshot! Das war knapp. Aber wir wollen ja in Deutschland. Kopfschuss! So, weg die Sau. Jetzt. Stirb. Ich glaube, wir haben es gleich. Ja, da steht ein Hügel in den Mund. Guck mal, Mama, ich kann ein Auto rollen. Ja, so, ich glaube, es ist gleich zu Ende. Schieben, Blake, schieben. Ach, nur weil er selbst nichts kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin selbst nicht gerade wirklich der Stärkste. Ich glaube, der Stärkste aus unserer Tour ist da rum in der. Ja, hindeutig. Boah, ist das unrealistischer Rauch. Oh, ne, doch noch nicht. Ich dachte, er wäre jetzt zu Ende. Geh zum Hubschrauber. Wow, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Mission bei Gangster Ryo, der vielleicht schon dabei war, ob ihr euch daran noch erinnern könnt, wo die Mission Hub den Schrauber hieß. Also, die Mission nicht die Folge. Welche Folge das war, das kann ich euch gerade nicht sagen. Stirb! Stirb! Nein! Nein! Stirb! So, ich glaube, wir haben es gleich geschafft. Gott, Rudolf! Los, renn, Rudolf! Ja, genau, das war jetzt richtig nötig. Los, renn! So! Ja, das war's dann. Okay. Oh, schlecht. Leck! Oh. Okay, ja, das war's dann. Bis zum nächsten Mal. Locht ein, Leute. Bei Kopfschüssen, ne, doch nicht. Bei Präzision war ich besser als normal. Bei Zeit auch. Ja, okay, das war's dann. Bis dahin locht ein, Leute. Und fickt weiterhin die Hände. Ja, also YOLO und so und Swagbro. Hashtag und keine Ahnung. Hashtag und keine Ahnung. Locht ein, Leute. Ciao.